Party People, es geht weiter. Danke fürs Einschalten. Lass ein Like, da würde mich freuen. Los geht's. Muss ich jetzt... Habe ich die Kamera? Habe ich nicht mehr? Anscheinend nicht. Da ist er. Vielleicht erinnert ihr euch. Ich erinnere mich auf jeden Fall. Ich habe in der ersten Folge schon gesagt, dass der Hund garantiert sterben wird. Hör auf, Junge, ich komme. Ich finde es übel, wenn wir ihn killen. Und ich finde es besser, wenn er gar nicht stirbt. Ich bin so schwer. Okay, shh, 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 shh. Das wird gut sein. L-Lenn ich dir das. Oh, du bist schwer. Ich habe irgendwie nicht so Lust auf das, was jetzt passiert. Ja, und dann? Was ist denn jetzt mit dem Hund? Oh Gott. Kann man rinnen? Kann man nicht. Ich bin halt ein bisschen überfordert und gehe gleich wieder. Alles klar, Junge. Also gehen wir wirklich im Kreis gerade? Ist das kein Zufall, dass die Texturen sich wiederholen? Soll ich zurückgehen? Hier, das wiederholt sich doch, Alter. Lie? Was? Wer lügt? Was? Was? Dogs? Dogs lie? Irgendwas wird mich gleich so fucking anspringen und ich werde einfach zurück springen und... was? Was? Dogs lie? Left him? Was? Was? No dog? Was? Was? Muss ich zurück gehen? Was? 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 Kas constrained? Was? 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 Ich raffe nicht, was ich machen soll. Gehe ich... Ich gehe einfach weiter. Oder soll ich zurückgehen? Also gehen wir zurück. Nein. Ich gehe zurück. Als Casual Gamer muss man mir doch sagen, was ich zu tun habe. Ich komme noch nicht von selber drauf. Und dann kann man... Ja, ha? Left, lie, dogs. Dogs. Was? Setz den Hund ab. Left dying. Dogs. Lie, dogs. Wie soll ich den absetzen? Holy shit. Das ist ja richtig gut, Alter. Nee, jetzt bin ich nicht sicher. Da gehört noch mehr zu. Da gehört noch mehr zu, zu dem Text. Jetzt verunsicherst du mich noch mehr. Soll ich denn jetzt... Setz den Hund ab. Aber ja, gut, es verändert sich nicht viel mehr. Die Sicht wird immer schwieriger, aber... Ich weiß nicht, ich glaube, die lassen wir nicht die Wahl. Ich habe das Gefühl gehabt, sie würden mir die Wahl lassen. Bist du sicher? Was soll das? Bist du sicher? Wenn ich... Ey, wir gehen einfach weiter. Die Sicht wird ja immer beschissen. Also es verändert sich ja irgendwas. Vielleicht passiert ja gleich irgendwas. Ich habe auch das Gefühl, ich bewege mich immer langsamer. Nehmen wir auf? Sieht so aus. Keine Ahnung, Alter. Left dying dogs lie. Ändert sich jetzt noch irgendwas oder bleibt es jetzt so? Ich habe keine Ahnung. Soll ich mich wieder umdrehen? Was, was, was? Verräter, was? Oh, Mann! Deine Schuld, Verräter. What the fuck? Okay, pass auf. Das bringt ja nichts. Murder. Ich, äh... Okay. Ich kann nicht gehen, Alter. Ich sage nur, ich kann nicht. Ich bin Doth. Ich bin stärker. Ich habe nur... Ich... 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 Ich muss dich bleiben, Bola. Ich bleiben. Ich werde diesen Bösen finden. Ich werde ihn bezahlen, was er macht. Und dann komme ich zurück für dich. Ich versuche. Bitte? Wieso geht es denn jetzt hier wieder? Wo muss ich denn hin? Ihr werdet mich niemals besiegen. Wieso geht es denn hier? Ich weiß nicht, dass er seine Frau wird. Oh my god Dead end Warte Hä? Da Don't come too close, we don't know what he'll do Ich bin im Krieger hier, die war hier nicht Ich renne ich bin im Kreis Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, wie gut das mit dem Hund jetzt geklappt hat Da ist der Baum schon wieder, wo muss ich hin? Ich hätte gedacht, der stirbt einfach Oh fuck You think he was the one behind Peter's disappearance? Fuck Left Ich kann nicht left Was? Fuck Fuck Ich renne im Kreis Aber hier geht's nicht weiter Ich bin total verloren Oh, oh, oh Oh Sheriff God damn it, Ellis, I've been trying to reach you for hours Anyway, I just wanted to say that we're dropping the search Okay It's nothing personal But hey You left him there to die It's only fair you die alone out there as well Goodbye, Ellis Fuck 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 Was? Huh? What? Calm down Just calm down Can you come down? Can you come down? Ja Ja Und nächstes Ist das wieder ein Bug? Ihr seht auch nichts Das Spiel ist einfach so dunkel, dass wenn ich die Taschenlampe vergesse, ich denke es wäre ein Bug Ich kann damit nichts machen Ich kann damit nichts machen Von hier komme ich Von hier komme ich Okay Ich mach das alles noch nicht Was hat, was Brüttel scheint sie nicht Ach komm, jetzt lass mir wenigstens die Taschenlampe Alter Das ist eine SMS, oder? Oh, die sind ja alle ungelesen Ich schau nach oben Was war er? Ich hab nichts gesehen Ich hab nichts mehr Ich kann es nicht mehr mehr Mach es stop Meine Alice Das war's. Ten double pieces. Gotta calm down. Gotta calm down. Wo? Soll ich hier weggehen? Nee. Bist du mein Chef, oder was? Ich kann mich bewegen, okay. Das bringt mir nix, weil ich nix sehe. Da, 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 da. Ich leuchte dich an. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Das ist unangenehm. Von alter Schwede. Okay, aber das würde dann irgendwie dem widersprechen, dass wir der Typ sind. Weil wir können uns ja schlecht so selbstgefunden haben. Außer man erinnert sich an den Text von der P.T. Tüte. Will ich ja? Oh. Weak. nicht 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 einfach mich schon pittes was also du bist du was du mit du 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 hier jusqu du 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 Ich habe dich alle geholfen. Jetzt hast du nichts. Jetzt bist du bereit. Komm, es ist Zeit. Jess, ich bin sehr entschuldig. Für alles. Wenn nur ich... Wenn nur ich dich nicht verabschiede. Wenn nur ich hörte. Ich weiß, dass ich mich verabschiede. Du hast sie verabschiedet, Ellis. Du bist ein Mörderer und ein Coward. Nein. Ich lasse, Ellis. Du weißt, was du tun musst? Du bist ein Mann für uns. Ist das dieser Sexismus, von dem man so viel hört? Kann ich pausieren? Kann ich. Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschaui. Törechen Samm finns. Törechen